Wir können ja noch mal gucken, was wir noch so im Lager haben. Ich wäre ja so ein bisschen für Kobbel einfach. Aber davon haben wir ja auch so wenig. Vergesse ich ja immer, sonst habe ich davon so viel immer. Dann machen wir es einfach mal aus Steuern. So, hoffentlich wird das jetzt mal reichen. Also das hier müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen verlegen. So, dass wir das irgendwie so machen. So, dann machen wir es einfach mal. So, dann brauche ich mal Stufen. So, dann kann man da so rein. Gut. Dann nehmen wir uns mal Stein. Hier kommt dann noch die Mauer hin. Dann ist da noch ein Platz. Na, Schöten. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Ich muss ja noch mal umfunktionieren irgendwie. Ich muss mir auch mal diese Mod besorgen, die automatisch nachschiebt. So. So, lalalala. Toll, sogar zu viel Stein mitgenommen. Können wir ja noch für das Dach verwenden. So, dann können wir ja mal anfangen, das Fundament zu bauen, sozusagen. Oder die ersten Mauern. Das wird nie im Leben reichen, ein Holz. Geht schon wieder durch die Sonne unter. Too many items, zack. Animal Bike können wir auch irgendwann nochmal benutzen. Wenn wir die Sachen dazu haben, uns eins zu bauen, irgendwie ein Pony-Bike. So, und so schnell sind 64 weg. Okay, wird doch reichen. Oh, wenn man... Ne, nein. Naja, wir werden es ja sehen, ne? Habe ich es richtig gemacht? Ja. Okay, den kann ich da schon mal lassen. Ziemlich viele Wolken. Und schon wieder 64 weg. Es wird vielleicht gerade eben so noch reichen. Also hier fehlt... Also hier fehlt... Hm, hm, hm. Prozent 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 E-Leist ist auch schon wieder dieser Part 13 vorbei Prozent Lalalalalalalalalala Lalalalalalalala So, ich sabbel gerade relativ wenig. Das liegt daran, dass ich müde bin. Woran dann auch sonst, ne? Ich hab auch keine Gesprächsthemen. Oh doch, Ron, Folge 1000. Find ich ja insgesamt cool gemacht. Aber das war bestimmt... Ach, rede ich im nächsten Part. Weiter, jetzt verabschiede ich mich. Jetzt mal und an, bis zum nächsten Part. Das war's für heute.